Ihre Freunde sagten ihr, sie sollen nicht reingehen, aber sie bestand darauf. Sie sind bereits am Spukhaus, warum sollten sie zurückgehen? Als sie sich der Tür näherte, flehten sie sie an, zurückzukommen, aber sie wollte nicht hören, streckte ihre Hände aus und öffnete die Tür. Ein helles Licht leuchtete in ihren Augen und sie wachte am nächsten Tag in ihrem Bett auf, ohne sich daran zu erinnern, was geschehen war. Nachdem Mary das Hauptschlafzimmer des Spukhauses geöffnet hatte, suchten sie in ihrem Haus nach Mary, aber auch ihre Mutter hatte sie nicht gesehen. Mary wurde nie gefunden und bis heute heißt die Straße vor dem Spukhaus Marystraße, weil man glaubt, dass sie dort spukt und die Leute zwingt, zu ihr ins Spukhaus zu kommen. Ein Donnerschlag erschütterte und der Raum und der Blitz schlug ein, sodass sogar ich, der Geschichtenerzähler, mir fast in die Hosen machte. Wir bildeten alle einen Kreis und umarmten uns. Und jetzt hatten wir mehr als nur Angst. Ginny! Ginny, ist das wirklich eine wahre Lebensgeschichte? fragte Brenda erschüttert. Ich mache mir Sorgen, weil ich ständig an der Marystraße und dem Spukhaus vorbeikomme, aber ich habe die Geschichte noch nie gehört. Glaubst du, deine Mutter hat die Wahrheit gesagt bei all dem? Ich lachte. Natürlich hat sie das. Sie war sogar mit Mary befreundet, also kannte sie sie persönlich. Meine Freunde sahen aus, als hätten sie gerade einen Geist gesehen, was mich noch mehr zum Lachen brachte. Ah, ihr seid ein Haufen Weicheier. Ich habe mir die Geschichte in weniger als zwei Sekunden ausgedacht. Ach, das habe ich vermutet, sagte Brenda und atmete auf. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sich niemand in die Nähe des Spukhauses wagt. Und zwar niemand. Keine Polizisten, keine Regierungsbeamten, niemand. Verdammt gruselig, oder? Tja, wie auch immer. Ich sollte ins Bett gehen und hole mir ein Glas Milch. Bitte, lass uns nicht alleine, rief Kim. Ich starrte sie an. Was für Weicheier. Wer hätte denn Angst haben sollen? Ein Haufen Mädchen in einem Zimmer oder ein kleines Mädchen wie ich, das ganz allein durch eine riesige Villa läuft? Dummes Mädchen, Brenda. Ja? Geh mit mir. Klar. Ich war Gastgeberin der jährlichen Waldorf-Mädchen-Übernachtung, die nur einmal im Jahr in meiner Villa stattfand und zu der nur wenige der beliebtesten, schönsten, reichsten und glücklichsten Mädchen ausgewählt wurden. Alle verehrten den Boden, auf dem ich wandelte und die meisten von ihnen würden sich selbst verletzen, nur um mich dazu zu bringen, ihre Anwesenheit anzuerkennen. Stellt euch vor, was sie getan haben, um einen Platz bei der jährlichen Mädchenübernachtung der Waldorfschule zu gewinnen. Ich war die Highschool-Schülerin, die jedes Mädchen sein wollte und mit der jeder Junge ausgehen wollte. Ich war die reichste Schülerin der Schule und hatte die meisten Beziehungen, die besten Partys, die teuersten und neuesten Kleider und jede Frisur, die ich wollte. Alle Mädchen wollten mir folgen. Meine Freunde waren die coolsten Leute, die man nicht erreichen konnte, selbst wenn man sein Leben für sie aufgegeben hätte. Und meine Autos? Davon wollte ich gar nicht erst anfangen. Meine Villa war die Villa, von der andere nur träumen konnten. Wenn du Ginny Waldorf nicht kanntest, kanntest du auch die Barki Heinich. Aber ich war auch ein verängstigtes kleines Mädchen, das um die Aufmerksamkeit seiner Mutter bettelte. Nur Brenda, meine beste Freundin, kannte diese Seite von mir. Meine Mutter war fast nie zu Hause oder auf dem Land. Und wenn, dann war sie immer nur zu sehr mit dem ein oder anderen Projekt beschäftigt. Natürlich schätzte ich ihren Eifer, denn ich erkannte, dass es das war, was uns so reich machte. Aber ich wünschte mir einfach, dass sie manchmal etwas Zeit für ihre einzige Tochter und ihr einziges Kind übrig hätte. Ich habe alles getan, um die Aufmerksamkeit meiner Mutter zu gewinnen. Ich habe fleißig gelesen und in allen Fächern Bestnoten erzielt. Ich bin in den Vereinen eingetreten und habe Wettbewerbe gewonnen. Tatsächlich war ich in allem, was ich anpackte, einfach überragend. Und obwohl die Leute mich deshalb mehr fürchteten, liebten, respektierten und verehrten, schien das meiner Mutter einfach nicht zu interessieren. Ich gewann Preise, aber meine Mutter kam nie, um mir zu gratulieren. Sie postete nur meine Geschichten auf Instagram und sagte, wie stolz sie auf all meine Leistungen sei. Aber sie rief nie an oder würdigte meine harte Arbeit irgendwie persönlich. Das war echt traurig. Als ich merkte, dass es nicht funktionierte, das beste Kind der Welt zu sein, beschloss ich, das Gegenteil zu werden. Ich wurde das gemeine, reiche, beliebte Kind in der Schule. Aber aus irgendeinem Grund hielt das die Kinder in der Schule nicht davon ab, mich zu verehren. Wenn überhaupt, liebten sie mich sogar noch mehr, weil ich mit strenger Hand und Haltung arbeitete. Eine der Möglichkeiten, wie ich meine Gemeinheiten auslebte, war die jährliche Waldorf-Mädchen-Freizeit. Einem der Mädchen, die daran teilnahmen, passierte immer etwas Schlimmes. Sie wusste das und wollte trotzdem nicht mitmachen. In den letzten beiden Jahren haben wir Brenda gezwungen zu stiehlen. Wir riefen die Polizei und überließen sie ihrer Verhaftung. Aber sie überzeugte den Polizisten irgendwie davon, dass der Laden ihr gehörte und kam mit einer gestohlenen Jacke zu mir nach Hause zurück. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe sie zu meiner besten Freundin gemacht. Das Mädchen war etwas Besonderes. Es ist besser, sie in meiner Nähe zu haben. Letztes Jahr haben wir Fiona mit einer gestohlene Testantwort ausgetrickst. Sie wurde erwischt und suspendiert. Aber kam zu meiner Übernachtung. Ich habe euer Gebot gefolgt und es ist jetzt Zeit für meinen Lohn. Dieses Mädchen war verrückt, aber es gefiel mir. Das war zu meinem Vorteil. Wer ist heute Abend das Ziel? Fragte Brenda aufgeregt. Ich hatte ein Monster erschaffen. Was meinst du, hä? Also? Kim. Genau. Denkst du, was ich denke? Wenn du an ein bestimmtes Spukhaus denkst, dann hätten wir Schwestern sein sollen. Brenda quiekte. Genau das habe ich auch gedacht. Wie auch immer. Sie würden eh das Gleiche sagen, auch wenn es nicht das war, was sie dachten. So läuft es leider in dieser Welt. Diese Heuchler. Wir schenkten allen eine Tasse Milch ein, wobei ich besonders darauf achtete, dass Kim ihre eigene hervorhob. Dann ging ich mit einem Tablett in der Hand ins Zimmer. Hey Mädels, ich habe beschlossen, euch auch ein paar Gläsermilch zu holen. Ich teilte sie mir selbst aus und gab Kim das Spezielle, das ich für sie gemacht hatte. Jetzt trinkt aus. Oh, ich kann es kaum erwarten. Wie nett von dir uns Getränke anzubeten, Ginny. Du bist so rücksichtsvoll. Für dich ist das Virginia, klärte ich sie auf. Hä? Nur Freunde dürfen mich Ginny nennen. Und du, Kimberly Boats, hast dir das Recht, mich Ginny zu nennen, noch nicht verdient. Also heißt es für dich immer noch Virginia. Ihr Lächeln wurde anders. Okay, Virginia. Sie tranken zu Ende und Brenda schickte die Tassen nach unten, um sie sofort abzuwaschen. Wir schliefen ein und ich weckte die Mädchen genau zwei Stunden später. Die einzige, die nicht aufstehen konnte, war Kim, weil Brenda und ich ihr Schlaftabletten in die Milch getan hatten. Okay Mädels, es ist also heute unser Opferabend. Ihr habt alle Glück gehabt. Jetzt lasst uns an die Arbeit gehen. Die Mädchen seufzten erleichtert auf und waren froh, dass sie dieses Jahr kein Opfer waren, als ich ihnen die Anweisung für die Nacht gab. Wir schmuggelten Kim in das Hauptschlafzimmer des Spukhauses in der Marystraße und schlossen sie dort ein, bevor wir nach Hause gingen, um Spiele zu spielen, zu essen und Filme zu sehen. Die Schlaftablette würde nach 30 Minuten nachlassen und Kim würde aufwachen. Sie würde die schrecklichste Nacht ihres Lebens haben, weil sie auf all die Tricks, Fallen, Puppen und Illusionen stößt, die ich vorbereitet hatte. Das konnte man einfach nicht überleben. Am nächsten Tag rief Kims Mutter die Polizei zu mir, aber ich lachte nur, als sie eintrafen. Meine persönliche Assistentin rief sofort meine Mutter an und nachdem sie einen Anruf von ihrem Chef erhalten hatte, zogen die Polizisten sich ab. Zu lustig. Selbst als meine Mutter hörte, was ich Schreckliches getan hatte, machte sie sich nicht die Mühe, mich anzurufen oder mich wegen meines Verhaltens zu warnen. Ehrlich gesagt wollte ich wirklich, dass die Polizei mich verhaftet, um ein bisschen Aufmerksamkeit von ihr zu bekommen. Aber bei der Position meiner Mutter wusste ich, dass das nicht passieren konnte. Ich fing an, in der Villa verrückte Raves zu veranstalten, die normalerweise so laut waren, dass die halbe Stadt sie hören konnte. Ich schwänzte die Schule und versuchte, wegen Vandalismus verhaftet zu werden. Aber die Polizei ließ mich schnell wieder laufen, als sie mein Gesicht sah. Sie hatten sogar Angst und entschuldigten sich dafür, mich überhaupt angefasst zu haben. Es gab keine Möglichkeit, meine Mutter zu erreichen. Meine Noten wurden schlechter. Und ich sollte zum Therapeuten, aber was könnte der mir sagen, was ich nicht schon wusste? Alles rührte von der Verweigerung meiner Mutter, meine Anwesenheit anzuerkennen. Worüber sollte ich sonst reden? Nachdem ich meiner Therapeutin in der ersten Sitzung mein Herz ausschüttete, stellte sie mir eine Frage. Warum muss die Aufmerksamkeit deiner Mutter bestimmen, wie dein Leben verlaufen soll? Diese Frage klang noch in meinen Ohren, als ich in die Limousine stieg und nach Hause fuhr. Als ich zu Hause ankam, bemerkte ich was Ungewöhnliches. Die Hausangestellten rannten durch das Haus und jemand schrie sie an. Moment, könnte Mom zurück sein? Ich ging die Treppe hinauf in unser Chefzimmer und war schockiert über die Erkenntnis. Mom? Hey, Schätzchen! Mom! Ich rannte zu ihr hin und umarmte sie fest. War sie endlich gekommen, um mich zu sehen? Was machst du hier, Mom? Bist du gekommen, um Zeit mit mir zu verbringen? Meine Mutter lachte. Sei nicht albern, Schatz. Wir verbringen ständig Zeit miteinander per Videoanruf. Warum sollte ich den ganzen Weg hierher fahren, nur um dich zu sehen? Ich spürte, wie sich die Enttäuschung in mir breitmachte. Das letzte Mal, dass du mich angerufen hast, ist zwei Jahre her, weißt du? Und warum hast du mich dann hier angerufen? Das habe ich, aber deine persönliche Assistentin sagt immer, dass du nicht erreichbar bist. Ach, der dumme kleine Herr Peter. Mach dir nichts draus. Er hat sowieso immer so viel zu tun, dass er meistens vergisst, mich daran zu erinnern, dass ich zurückrufen soll. Das tut mir so leid, Schatz. Es ist nicht so schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, irgendwie. Sie umarmte mich fest, aber dieses Mal erwiderte ich die Umarmung nicht. Warum bist du dann hier? Rate mal, Schätzchen. Der Bürgermeister hat uns persönlich darum gebeten, die Halloween-Party der Stadt in unserer Villa auszurichten. Ohoho! Ich fühle mich geehrt. Und ich möchte, dass du die Party organisierst. Super, oder? Natürlich, ja. Ich schreie vor Freude, sagte ich trocken. Ich überließ meiner Mutter ihre Partyplanung und sie schien nicht einmal zu bemerken, dass ich weg war. Ha. Eine Halloween-Party, für die ich verantwortlich bin, scheint die perfekte Gelegenheit zu sein, um einen bösen Plan auszuhacken und endlich Mams Aufmerksamkeit zu bekommen. Zumindest schätzte meine Mutter meine außergewöhnlichen Fähigkeiten, Partys zu organisieren und darüber war ich froh. Ich nahm den Job an, aber mit dem Hintergedanken. Es war an der Zeit, einen großen Plan zu schmieden, im Waldorf-Stil. Ich traf mich mit ein paar Freunden und wir planten die Sache ganz sorgfältig. Es sollte umwerfend werden. Wir heuerten Spielzeugwaffen an, mit leeren Kugeln gefüllt. Autos, Masken und ein paar Jungs aus unserem örtlichen Fitnessstudio, die den besten Reality-Kidnapping-Film aller Zeiten drehen würden. Mal sehen, ob meine Mom das ignoriert. Schließlich kam Halloween. Alles war perfekt vorbereitet und meine Mutter schöpfte keinen Verdacht. Warum sollte sie auch? Es ist ja nicht so, dass sie jemals drauf geachtet hätte. Die Autos fuhren bereits durch unsere Einfahrt und unsere Villa war wirklich eine Augenweide, besonders im Abendlicht. Ich war ein Meister im Plan von Partys. Obwohl meine Mutter zunächst dagegen war, konnte ich sie davon überzeugen, dass sie dasselbe Kostüm wie ich tragen sollte, denn ich wollte, dass man sie leicht erkennen konnte, wer entführt worden war, da jeder ein anderes Kostüm angezogen hatte und es schwer sein würde, zu erkennen, wer wer war. Ich entschied mich für die berüchtigte Deli-Maske und den orangefarbenen Overall. Ja, genau, mit dem Slogan A Heist to Remember. Pünktlich um 7 Uhr begann die Party und aus den Mündern der Gäste hörte man nichts als Jubel und Lob für die Organisation der Party. Meine Mutter kletterte auf die Bühne und hielt eine ehrenvolle Rede, die mit einem Lob für die beste und verständnisvollste Tochter der Welt endete. An diesem Punkt begann ich, mein Handeln zu bereuen. War dieser Plan gut? Vielleicht sollte ich es abblasen. Ich rannte zu meinen Freunden und signalisierte ihnen, dass sie es beenden sollten, aber genau in diesem Moment rief mich meine Mama auf die Bühne, damit die Menge ihre wunderschöne Tochter sehen konnte. Vor lauter Aufmerksamkeit vergaß ich, mich zu vergewissern, dass meine Freunde mein Signal verstanden hatten. Ich schaute auf die Uhr und es war 9 Uhr. Und plötzlich wurde ich ohnmächtig und wachte in einem Lieferwagen auf. Leute, ich habe den Raubüberfall abgeblasen und ihr findet es nicht, dass es ein bisschen zu viel war, mich K.O. zu schlagen? Ich nahm meine Maske ab und sah die Jungs an und geriegt in Panik. Es waren nicht meine Freunde. Und wer zum Teufel bist du? Du bist nicht Kim. Warum trägst du Kims Kostüm? Ihr wolltet Kim kidnappen? Warum? Das geht dich nichts an, Fremde. Sie schlugen mich wieder K.O. Und ich wachte vor meiner Villa auf, um zu sehen, wie die Leute herausliefen und mich einsammelten. Oh mein Gott, sie ist hier. Hä? Es fiel mir schwer zu glauben, was da geschah. War ich wirklich entführt worden? Meine Freunde sammelten mich ein. Nein, verwirrt, als sie mein Signal bekommen hatten und den Plan nicht ausgeführt hatten, verstanden sie auch nicht, was passierte. Meine Mutter rannte mit Tränen in den Augen zu mir und weinte laut und zitterlich. Oh mein Baby, ich dachte schon, dir wäre was Schreckliches passiert. Die Sicherheitsleute, die von der Entführung zusammengeschlagen wurden, uns erzählten, was passiert war. Haben wir alles versucht und wir konnten dich nicht finden. Es fiel mir so schwer zu atmen. Ich werde nie wieder von deiner Seite weichen. Nun, wie ihr euch denken könnt, wich meine Mutter tatsächlich von Zeit zu Zeit von meiner Seite. Aber es wurde viel besser. Nach diesem Vorfall änderte sich ihr Verhalten und sie fing an, mir mehr Aufmerksamkeit zu schenken und mich endlich wie eine richtige Tochter zu behandeln. Das war alles, was ich wollte. Wenn euch meine Geschichte gefallen hat, dann liked und abonniert sie. Wie irgendwas wäre, meine Freunde. Ich,и1-47-5-6-7-5-5-7 R-5-5-7-5-8-5-6-7-5-7